Musik Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Part 3 von Oddworld Apes Odyssey. Ja, wir befanden uns ja letztes Mal hier und befinden uns natürlich immer noch hier. Ich hatte euch zwar in Part 2, besser gesagt zum Ende von Part 2 gesagt, dass ich sofort weiterspielen werde, habe ich aber nicht getan. Im Grunde genommen habe ich es doch getan, aber ich bin hier, Moment, ich zeige es euch mal eben kurz. Ich bin hier runtergesprungen, weil wir die Minja entfernt haben und dann bin ich da diesen Schacht entlang gegangen. Dann kam eine kleine Zwischensequenz und wir waren in einer neuen Welt. Wir waren nämlich aus der Rapture Farm entkommen und dies wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nämlich eigentlich noch hier meine Murukon-Kollegen retten. Ausbrecher 20 Stück hatten wir gestern und als ich dann aus dieser Welt rauskam, aus der Rapture Farm entkommen war, stand da plötzlich Opfer 50. Das heißt, wir haben hier noch 50 Murukons, die wir eigentlich retten wollen. Und das will ich jetzt hier auch tun, darum habe ich auch nochmal kurz, äh, ja, geladen, ging leider nicht. Das ist auch noch so eine Problematik, die ich nochmal eben ganz kurz erwähnen möchte. Ähm, huch, so, ähm, ja genau, ich konnte nicht mehr laden, da wir in der neuen Welt direkt ein Checkpoint hatten. Und das heißt, unser Speicherstand wurde direkt überschrieben und wir waren quasi dazu verdammt, uns diese 50 Murukons auf unsere Gewissen zu schreiben. Das konnte ich natürlich zulassen, darum habe ich das eben mal kurz noch, ähm, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten nochmal eben kurz schnell durchgezockt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir waren, das war jetzt kein Problem. Ich muss jetzt ganz, ganz doll aufpassen und nicht einfach irgendwo blind zu weitergehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Form schaffe. Ne? So. Hier können wir eben mal kurz nochmal unseren Speicherpunkt holen. Rein theoretisch müsste ich mal mir einen zweiten Speicherstand holen und den dann irgendwie offen lassen als, ähm, ja, wie heißt das, als, als Backup quasi. Weil das war echt schon ein bisschen schade, muss ich sagen. So. Wir gehen dann also diesen Weg hier, den wollte ich ja eigentlich auch vorher gegangen, äh, vorher schon gegangen sein. Hatte ich aber irgendwie dann doch nicht genommen, weil ich erst gucken wollte, was da hinten so alles abgeht. So. Jetzt sind wir schon an einer neuen Stelle. Aha. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo was ist. Egal, ich gehe jetzt erstmal rein. Ich denke mal, wir sollten am besten nochmal gucken, ob wir hier wirklich alle Orte finden. Das wäre nämlich ganz cool. Und dann könnten wir echt versuchen, alle 50 Monocons zu retten. Wäre ja ein tolles, tolles Ding. Eine tolle Sache. So. Ähm. Wie können wir denn hier weiter? Ähm, lol. Die Geschichte haben wir hier. Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin natürlich nicht der, äh, Experte hier im Weiterkommen. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und damals habe ich, glaube ich, auch nur bis zum, bis zu einer bestimmten Stelle gespielt. Und das ist natürlich auch schon Ewigkeiten her. Daher kann es jetzt auch mal sein, dass wir hier ein, zwei, äh, äh, Minuten länger stehen, um zu gucken, wie es weitergeht. Aha, hier, äh, äh, hier knallen wir runter. Ja, das ist ja kurios. Ja, Moment. Dann machen wir es anders. Okay. Lass uns doch einfach mal gucken, ähm, wir gehen nochmal zurück zur Map. Und schauen mal eben fix, wie es dort, äh, so ausschaut. Hier kommen wir, glaube ich, nur nach unten, ne? Jo, okay, gut. Dann, äh, fahre ich gleich nochmal kurz nochmal schnell hoch. So lange dauert das ja eigentlich gar nicht. Das längste ist, glaube ich, ähm, das, ähm, Türen schließen hier von links und rechts. Ist ja wunderbar. Habe ich ja schon fünf Minuten verballert für nichts und wieder nichts. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt unbedingt jemanden sehen wollt, der hier, äh, komplett geziert durch, äh, rast und natürlich immer alles weiß. Ich könnte das Spiel natürlich auch im Vorhinein durchzocken und ich wüsste alles. Und so tun, als wäre ich einfach total, ähm, schlau und könnte alle Rätseln innerhalb von wenigen Sekunden lösen. Aber dies würde ja einiges verfälschen. 21 Stück gerettet? Oder das soll das sein? Ich glaube schon. Ja, nett. Dann habe ich wohl da unten wohl ein gerettet. So, hier ist Nummer eins. Ne, hm. Das war jetzt ja nicht so optimal. So, ich würde mich hier erstmal kurz hinstellen. So, jetzt. Man kann es ja auch etwas langsamer machen. Man muss ja nicht immer hier komplett auf, auf weiß ich nicht wen machen und da durchrushen. Das geht nicht runter. So, hier ein Checkpoint auch mal holen. Ich möchte eigentlich ganz kurz zur Karte. Wo ist die denn? Nein. Habe ich eine Karte schon verpasst? Ne, die nächste Karte dürfte jetzt eigentlich jeden Augenblick mal kommen. Auch wenn es bedeutet, dass wir hier mal ein bisschen weiter weg müssen. Die Vogelportale. So heißt das also. Okay. Verstehe. Hier haben wir immer noch nichts. Da haben wir... Alter, wie weit müssen wir denn zurück, um mal so eine Karte zu finden? Ehrlich gesagt finde ich das nicht so ganz optimal. Das ist auch jetzt nicht die einzige gewesen, oder? So, Zulag 1. Das ist die gesamte Geschichte. Habe ich hier eine Maus? Ne, die Maus kann ich nicht benutzen. So. Ja, wie kommen wir denn jetzt... Also 49 haben wir auf jeden Fall noch... Am Stüssel. Kann man hier irgendwie ranzoomen? Ne, kann man nicht. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier überhaupt? Hier haben wir... Ich kann das gerade gar nicht so recht entziffern. Wenn wir ganz am Anfang... Nochmal ganz am Anfang gehen, haben wir zumindest eine Verbindung. Ja, komm, wir gehen nochmal ganz am Anfang. Vielleicht gibt es ja da eine Verbindung. Oder ist das die hier gemeint, wenn ich hier oben hochgehe? Ach, das ist meine Gesundheit? Das wird in Tauben angegeben. Ach, Sienna. Oder in Vögeln. Ja, weiß ja auch nicht, was wie... Wie die Viecher jetzt genau heißen. Was war das denn nochmal? Ach so. So, hier nochmal hoch. Ich hätte gerne... Ach ja, ja, ja. War das immer schon so? Scheinbar. Lol. Das habe ich ja optimal gelöst, muss ich sagen. Ja, hier ist schon wieder eine Map. Ey, ich kriege zu viel. Ah. Gibt euch das mal. Ach so, ich komme da hinten dann hin. Okay, verstehe. Ja, lasst mich hier nochmal ein bisschen ausprobieren. Wir müssen hier das ein oder andere Mal nochmal genau gucken, wo wir lang müssen. So, hier werde ich jetzt auch mal schnell... Kann ich den in irgendeiner Form übernehmen? Ja, ich kann den übernehmen. Ist ja wunderbar. Dann schaue ich gleich mal mit dem, was ich hier so alles machen kann. Ob ich hier vielleicht irgendwas aktivieren kann? Ne, eigentlich nicht. Ich kann mich ja auch unterstützen. Mach ich mal. Nur, weil ich es kann. Können wir sonst nochmal ein bisschen was machen? Da hätten sie auch noch genug von den Dingern. Ne, ne, die sind zu weit entfernt. Dass die Meditation oder das Shant oder wie auch immer das Ganze jetzt genannt werden mag. Das hat anscheinend eine bestimmte Reichweite. Hey. Eigentlich wollte ich zuerst schießen, aber der braucht eine bestimmte Zeit, bis er dann wieder anfangen kann. So. Und den springe ich auch mal in die Luft. So, dann haben wir jetzt hier auch alle Zeit der Welt, um hier mal zu gucken, was wir hier so machen können. Gar nichts. Okay, alles klar. Dann haben wir hier zumindest schon mal die Gewissheit, dass hier nichts ist. Hier können wir auch erstmal nicht weiter. Hier haben wir die Tür geöffnet. Jetzt laufe ich auch mal ein Stückchen noch weiter. Hier können wir auch erstmal nichts machen. Darüber können wir nicht springen. Das ist zu weit. Ich schaue nochmal hier. Jetzt sind wir ganz am Anfang. Ach so. Zulag 1. Gehen wir mal in Zulag 1. Genau. Jetzt verstehe ich auch die Geschichte. Wir sind da unten hingegangen und sind dann von dort. Wo sind wir denn dann hingekommen? Ach so, warte einen Moment. Die Tür dort. Huch, jetzt bin ich da hingekommen. Dann kommen wir dort zu diesem Aufzug. Ja, ich kann es leider euch nicht so richtig zeigen, wo ich das meine. Ich bewege mich gerade von ganz oben. Richtung rechts. Da bin ich jetzt beim Aufzug und die Tür führt uns zu dem unteren Punkt, da wo auch die nächste Karte steht. Das heißt, wir müssen da mal komplett durchlaufen, versuchen durchzukommen. Um zum nächsten Ort zu gelangen. Okay. Versuchen wir das mal. Aber ich frage mich, wie man zu Zulag 1 und so eine Geschichte und was er nicht gesehen kommt. Das muss ja echt eine... Man, vor allem, wenn man jetzt keinen Bock hat, kann man einfach durchrushen und sagen, mir sind meine Modocon-Kollegen total egal. Und ich lasse sie verrecken. Aber das... So einer bin ich nicht. Nein, nein. Ich bin ein guter Modocon und ich rette zumindestens so viele Modocons, wie mir es möglich ist. So, genau. Jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir da komplett durchlaufen. Bis zum Ende. Da hinten sieht man auf jeden Fall so ein Schloss. Ja. Ach, Momentchen mal. Da sind wir schon durchgelaufen. Weil das eine der große Pfeile da unten im unseren Abteil von Zulag 1, das ist dieser große Aufzug. Hm. Das ist ja crazy. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir hier weiterkommen. Wahrscheinlich ist irgendwo ein kleiner Geheimgang versteckt. Hier kommen wir jetzt ja auch durch. Hier könnten wir runterfallen. Na. Wow, jetzt haben wir echt Part 3 echt mit bisschen erkunden. Ähm. Ja, vergeudet will ich nicht sagen. Es war ja vielleicht auch mal ein bisschen notwendig, hier sich mal ein gewisses Bild zu machen. Genau, hier können wir weiter. Hier, so, hier hole ich mir eben auch mal ganz kurz. Äh, heh, heh. Den, äh, Checkpoint. Ja, da wissen wir zumindest jetzt erstmal, ja, so ein bisschen Bescheid. Das Problem ist allerdings, ähm, dass ich ja eigentlich schon versucht habe, da in diese versperrte Tür zu kommen. Und jetzt im Moment noch keine Ahnung habe, wie ich dort noch weiterkommen kann. Hm. So, jetzt hier mal vorsichtiger runter, damit man nicht da in diesen Fleischwolf springt. Hallo. Ey, stell dich mal bitte nicht so an. Warte, hier haben wir es ja gerade auch schon geschafft zu sterben. Bumm. Bumm. Wunderbar. Checkpoint geholt. Und, ja, hier geht es im Moment nicht weiter. I don't know. Wüsste ich auch jetzt gerade nicht, was ich machen sollte, wenn ich mitten im Nichts stehen würde und mir irgendeiner den Befehl geben würde. Drück mal oder zieh mal irgendwo an irgendetwas. Dann würde ich denken, hä, was willst du von mir? Ja, puh. Hier kann man jetzt rein. Kann ich denn hier nirgends so runter? Aua. Also hier habe ich gerade wohl ein Portal geöffnet und es ist auch jemand durchgesprungen. Einer zumindest. Ja, komm, wir gehen hier einfach nochmal durch. Ach, schade, dass die Zeit jetzt hier auch schon wieder rennt ohne Ende. Großartig geschafft haben wir nix. Wir haben eigentlich nur einen einzigen Modokon befreien können. Ja gut. Tut mir leid, dass nicht mehr daraus geworden ist. Für den heutigen Part muss ich euch leider schon wieder verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch schon wieder. Gespeichert hat es auch gerade, weil wir hier waren. Ich kann es auch nochmal so machen. Schnell speichern. So. Bumm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann auch schon morgen wieder in aller Frische. Ich spiele jetzt nochmal ein bisschen weiter. Das heißt, bis gleich. Nee. Oder doch nicht. Also für mich bis gleich, für euch nicht. Ciao. Ciao. Ciao.